Was ist das denn? Was bist du denn für ein kleines niedliches Ding? So was habe ich ja hier noch nie gesehen. Na? Kleine, wo kommst du denn her? Wo kommst du denn her? Gott, ja wo ist er denn? Komm mal hier zum Onkel. Na wo ist er denn? Kleiner Mann. Oh. Scheiße. Jetzt habe ich ihn tot gemacht. So ein Mist. Schnell weg. Schnell weg. So. So. So.